So, dann mal herzlich willkommen zu meinem Video-Tutorial zu Scribus, einer Open-Source-Desktop-Publishing-Software. Diese Software wird verwendet, um Zeitungen, Zeitschriften, Flyer, Faltblätter und so weiter zu gestalten. Ich habe damit zum Beispiel unsere Abi-Zeitung erstellt. Die Webseiten, auf denen ihr die entsprechenden Programme runterladet, ist natürlich einmal Scribus selbst und dann GPL-Ghost-Script, werde ich natürlich unten verlinken in der Videobeschreibung. Ich gehe mal davon aus, dass ihr ein Programm installieren könnt und deswegen mache ich gleich weiter mit Scribus. Ich möchte allerdings noch anmerken, dass es ganz wichtig ist, zuerst Ghost-Script zu installieren und dann Scribus. Das Fenster, das sich öffnet, hier hinten das Ghost-Script-Fenster, lasst ihr einfach, das schließt sich selbstständig. Da werden nur eine Befehle bearbeitet. So, hier haben wir gleich das Fenster Neues Dokument. Ich möchte allerdings vorher noch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Unter Datei Allgemeine Einstellungen müsst ihr, sofern ihr die Reihenfolge von Ghost-Script und Scribus nicht eingehalten habt, nämlich noch eine Kleinigkeit umstellen. Und zwar ist das externes Tool, Name der ausführenden Datei. Da müsst ihr euch dann über ändern zu normalerweise C-Programme, GS, GS-Versionsnummer, BIN und dann, ganz wichtig, GS-WIN64 oder eben GS-WIN32, je nachdem, was für eine Version ihr habt, durchblättern. So, OK und dann wird das übernommen. Dann werden kurz die Einstellungen geschrieben und dann können wir loslegen. Wir beginnen mal mit den allgemeinen Einstellungen. Ihr bekommt von der Druckerei in der Regel ein Blatt, in dem mitgeteilt wird, was für Einheiten ihr habt. Die werden in aller Regel in Zentimeter oder Millimeter angegeben. Deswegen schreiben wir die Sachen mal auch auf Millimeter um, sodass alle Einheiten jetzt auch in Millimeter angegeben werden. Dabei poppt immer wieder das Ghost-Script-Fenster auf und schreibt die Einstellungen. So, dann legen wir mal los und erstellen eine neue Datei. Wir haben hier die Möglichkeit, Doppelseiten zu erstellen, einzelne Seiten, Dreifach- und Vierfachfaltungen. Ich mache mal eine einzelne Seite. Hier mit der Kette kann ich alle Werte gleichseitig verschieben. Wir stellen mal einen Seitenrand von 14 Millimetern jeweils ein. Zack, mit Tabulator oder woanders hin klicken, ändert sich dann auch in den anderen Feldern die Werte. Die Druckerränder werden hier angezeigt für die einzelnen Drucker. Das brauchen wir aber nicht. Den Anschnitt, da gibt man dann in der Regel einen Millimeter hinzu, aber auch das sagt euch die Druckerei, wie sie es gerne haben möchte. Wir erstellen mal zwei Seiten. Als Standardmaßeinheit wählen wir Millimeter und wählen als Ausrichtung Hochformat. Los geht's. Als erstes zeige ich mal unter dem Menüpunkt Ansicht ein Raster an, sodass wir ein bisschen bessere Übersicht haben. Jetzt haben wir also unser erstes Dokument.